hallo und herzlich willkommen bei kamen an da ganzheitlich gesund ich bin gerade hier dabei ich habe gerade einen neuen vortrag über das immunsystem zusammengestellt auf powerpoint das ist das powerpoint präsentation und den werde ich jetzt für unsere online akademie einsprechen da geht es um die ich zeige es mal ins bild so um die basis therapie für unser immunsystem also auf ganz banal gesagt auch für den kleinen geldbeutel was ist wirklich wirklich wichtig wo sind die die grundsätze die wir beachten sollten für unser immunsystem und was kann getan werden wirklich in ganz kleinen bereich also dass die fakten die wichtigsten dinge mal auf den punkt gebracht ja wer es noch nicht mitbekommen hat unsere online akademie ich habe den link unten verlinkt kannst du mal schauen unter diesem video in der video beschreibung da geht es jetzt in den ersten zwei monaten november und dezember um das immunsystem ist sehr sehr wichtig in den heutigen zeiten wichtiger denn je vielleicht so in den letzten 50 jahren möchte ich mal sagen ja und ja ich würde mich freuen wenn du auch dabei bist ich werde auch live mit den menschen sprechen die da mitmachen und sind super tolle beiträge wir haben uns unheimlich viel mühe gemacht und ich bin voll dabei weiterzumachen ich habe noch einiges auf der agenda was noch reinkommt an infos und also ich bin ganz begeistert in diesem sinne alles gut bis zum nächsten mal ciao